Das Anterion-Gerät von der Firma Heidelberg Engineering ist ein Hightech-Gerät, mit welchem wir auch alle Verhältnisse aus dem vorderen Augenabschnitt ausmessen können. Insbesondere ist das Gerät sehr gut bei der Biometrie, das heißt alle anatomischen Verhältnisse aus dem vorderen Augenabschnitt und auch Länge des Auges können vermessen werden und basierend auf der Biometrie können wir auch eine Kunstlinse berechnen. Es wird auch die natürliche Linse dokumentiert, man sieht auch wie die natürliche Linse getrübt ist und man kann auch hier eine sogenannte Korneale oder Hornart-Topographie durchführen, basierend auch auf der reinen OCT-Technologie.